Boah, geil. 1% Detektor Chance. Oh, ich bin Inno Center. Oh man, die Map mag ich nicht. Mag die Map nicht. Und schon wieder diese Map, weißt du? Ich find die so kacke. Ich bin übrigens auch Inno. Ja, 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 ja. Ja, ja. Was? Wir können im Stream nachgucken. Wie letztes Mal, ne? Oh, 2 Gold auf 1. Ja, Banished Musik. Wieso ist denn da jemand gestorben und wo? Bei mir. Bei dir? Bist du etwa? Nee, nee, nee. Nicht bei mir. Oh Gott. Bin ich jetzt unsichtbar? Malte, bin ich bei dir unsichtbar? Wer spricht da? Wer spricht da? Wo ist Gold? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich kann ihn auch nicht hören. Habe ich jetzt grad Gold dafür ausgegeben? Hallo schön. Na, ihr beiden? Na? Selber findet uns nicht. Na komm, wir müssen Gold sammeln für den Bogen. Da ist eins. Eins Gold. Oh, ich hab auch grad zwei Stück aufeinandergekommen. Und, wie geht's euch so? Habt ihr das heiße Wetter überlebt? Oh, mir geht's euch ganz gut. Habt ihr das heiße Wetter überlebt, ne? Aber sicher doch. Ach, ohne Probleme. Ob halt ein bisschen geschwitzt, aber ansonsten ging's. Na? Ach. Wer, wer war's denn? Ja, wer wohl. Du? Ja, natürlich. Ey, warum hast du uns grad nicht gekillt? Ja, weil wir zwei zusammen standet. Ja, was? Ich töte Sneaky. Jetzt haben wir beide killen können. Ich wollte euch Sneaky tönt. Ich bin jetzt irgendwie vom Server geflogen. Haben wir gewonnen? Äh, ja. Ihr habt gewonnen. Oh. Ich hab verloren. Ich bin innocent. Hey. Ich bin Mörder. Ich bin auch Mörder. Hä? Das kann nicht sein. Ja, genau. Weißt du? Und ich bin der Mörder-Detective. Ich hab direkt Schwert und Bogen am Anfang gekriegt. Ich bin Mörder-Detective. Ach, da war Sebbe. Und Sebbe war da, als jemand gestorben ist. Das heißt, Sebbe ist es nicht. Oh, hier ist jemand gestorben. Oh, ein Steve-Skin. 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 Steve-Skin mit verrückten Augen, ja. Den hab ich vorhin auch schon gesehen. Den wollte ich erst töten. Aber er ist dabei doch nicht. Der ist hinter dir! Der ist hinter dir! Ich weiß, ich weiß. Ich leg den aber geschickt ab. Ja, ich geh nach oben und sammel Gold. Ich auch. Sehr gut, bist du tot? Nein, ich lebe noch. Alles gut? Nein, der ist hier oben! Nein! Hilfe! 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 Perfekt! Ich bin echt froh da drum, dass es keinen Fallschaden gibt! Ha! Er traut sich nicht hier rüber! Wie geil! Hey! Hey, wo bist du denn oben? Ich bin oben, hinter diesem Glas. Also da ist so, da ist so ne Glas, so ein Glaszaun und da bin ich ganz hinterher geschwungen. Hallo, ich bin der Jitsi da! Ja, geil, da wurde aufgehalten. Hallo, Sibble! Hi! Hallo! Ich bin größter Fan! Du bist mein größter Fan? Ja! Und das soll ich dir glauben? Ja! Gib mir Autogramm! Ein 180er-Puls? Boah, ich hatte gerade in der Runde, als ich ein Mörder war, hatte ich auch echt irren Puls. Oh, schon wieder, innocent! Was ist denn das? Also, ich bin ja schon wieder Detective von dir. Schon wieder?! Ja, klar! Nee, hab ich... Ich glaub dir nicht, zeig mir den Bogen. Du glaubst mir auch alles, wenn du Tag langes noch... Och, Mann, ich will keine... Keine Slowness-Potion. Ich find die Map einfach kacke. Wuuu, das war knapp. Och, zweimal hintereinander Slowness. Oh, ich glaub der ist hier bei mir. Gewonnen! Nee, wir haben gewonnen! Easy win, würd ich sagen. Aber ich kann dich da selber nachvollziehen. Wenn man so spannendes Zeug schaut, ist das häufig schon so... Da... Hä, aber das ist doch kein spannendes Zeug. Jetzt zum Beispiel bei Dead by Day, da hab ich auch manchmal einen 180er-Punkt. Boah, nee. So mein... Aber nicht, weil du hast Angst oder sowas. Hast du da noch nie aufgeregt? Boah, lass uns gleich... Lass uns gleich mal bitte... Heiden Sieg spielen auf... Ich weiß nicht... Zytoksin oder so? Das war geil! Boah, ja. Damals noch, ne? Immer, wo man sich so als Büchse... Ja, das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir können vielleicht tatsächlich mal rüber wechseln. Ja... Boah, ich wär beinah gestorben. Das war doch Zytoksin. Wir schauen euch einfach mal. Ich glaub auf Zytoksin gibt's das auch. Oder war es damals noch auf Dustin C? Hallo! Ich weiß es gar nicht. Hi! Hi! DT ist ein Zivskin. Hi! Alles gut? Ja, ich werd mal den Bogen raus... Aber hier steht jemand. Hier ist mal geschraubt. Ich bin's nicht! Hi! Hallo! Ich bin's nicht! Hi! Hallo! Ich werd mal bei ihm... Warum läuft der mich da her? Ich wollte bei ihm in der Nähe bleiben. Damit ich den Bogen aufnehmen kann. Denn... Der kommt. Ja, Speedy. Schau doch mal, ob du russisch aufrasten und... Привет! Lol! Ein Hacker! Ehrlich? Weiß ich nicht. Da war einer plötzlich... Ist plötzlich da weggekommen. Ey, mein erstes Gold! Hä? Kommt das wirklich ein Hacker? Der ist einfach weg gewesen jetzt wieder. Einen Trank hat der auch nicht... Da war er plötzlich... Da ist er weg gewesen. Einen Trank vielleicht? Einen Trank vielleicht? Ja, gut. Könnte sein. Aber ich hab nicht gesehen, dass er einen genommen hat. Weil ich hab jetzt zum Beispiel auch 14 Sekunden auf Unvisibilität... Jetzt ist er hier hinten! Jetzt ist er hier hinten! Jetzt ist er hier hinten! Och man! Ich werd immer langsam! Hi! Dika! Ich wollte grad sagen! Woher wolltest du denn auch wissen wer der Traitor ist? Oh ne, ich will nicht wieder eine Slowness... Slowness... Jetzt willst du nicht lieber auf den Bogen sparen? Nee, ich nehm jetzt schon... Ich glaub ich bin grad in der Nähe vom Traitor gewesen. Jo! Da hinten ist einer mit Bogen. Komm hier! Zika, da ist einer mit Bogen. Der läuft grad wohl hinter dem Traitor. Okay, ich glaub es ist er sogar. Ich verträum nicht. Wie sieht der aus? Der hat einen Bogen... Das ist so in dem Lian... Ding einer. Nee, warte, das glaub ich der in dem pinken. Hautfarbenen. Hm... Schwert? Nein, das war der mit dem grünen... Mit dem Creeper-Gesicht. Der hat mich getötet. Kurze Sekunden... Ein paar Sekunden vorher. Okay. Weißt du, du denkst dir nichts... Gehst einfach an den Corelton ran und dann einfach tot. Ja klar, einer mit GLP-Skin hier. Ja... Das ist der Original GLP. Auf jeden Fall. So... 3% Chance, 9% Chance. Ich bin innocent. Warum immer innocent? Ich auch. Immer einfach. Wie kann man das nicht erwähnen? Immer. Weißt du? Malte war schon einmal Mörder, aber immer innocent. Ja, ich war einmal... Seitdem wir das gespielt haben, war ich einmal Mörder und da war ich nach 10 Sekunden tot. Ja, ich auch. Ein Frauen-Skin so Hawaii-mäßig mit Blumenkette um den Kopf oder wie soll man das sagen? Kacke. Ich weiß, was du meinst. TBNR. TBNR, ja. Best Guy Bunny. Oh scheiße, die ist von mir. Oh, ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Nein! Und macht der Spaß hier. Ich glaube, man soll schnell tot ist. Malte lebst unten. Ne, du lebst auch nicht mehr. Doch. Aber ich weiß nicht, wo die gerade ist. Ich traue mich nicht, umzulaufen. Ich weiß, wo sie ist, aber ich darf es nicht verraten. Denn ich bin tot. Grüner, lauf nicht da! Die läuft einfach rum. Der ist locker oben. Der ist locker oben. Sehr sneaky. Die kämpft locker beim Bogen. Bin ich mir sehr sicher. Schon zu Ende? Nein. Ich bin in die normale Lobby gekommen. Oh. Komisch. Ich guck mal in der Zeit, wo wir auf welchem Server wir gleich Heidens Sieg spielen können. Ja. Gut Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ne, guckte für Köfen, da. Haha. Hahahaha. Heidens Sieg. Was? Auf Mineplex kann man das Schaue spielen. Auf Mineplex? Wegschön und gehen wir noch da drauf. Seid ihr schon tot? Nee. Ja, Hai-Insekt. Hai-Insekt. Genau. Hai-Insekt. Genau so heißt der Spielmodus. Da geht es darum, entweder schlüpft der Hai den Sekt oder nicht. Und umso weniger Champagnerflaschen der Hai leertrinkt, umso besser ist das für alle Spieler. Die Idee für diesen Spielmodus ist irgendwie sehr unausgereift. Nein! Eine Sekunde in längerer Zeit gehabt haben müssen, dann hätte ich sie gekriegt. Gut. Na ja, dann mein Sex, ne? Oh, ich hab's gesehen. Ich guck jetzt gerade in die Runde zu Ende. Mach das. Ich ess mal in der Zeit Muffin. Muffin. Es ist Muffin-Time. Was, BD hat Russisch Unterricht? Ja. Warum nicht? Hier hat man auch eine Greenbox. Gut. Der Spielmodus Hai-Insekt. Ich glaube, der ist noch nicht so ausgereift, der Spielmodus. Ja, das könnte sein. Also zumindest so wie ich den gerade beschrieben habe. Also ich bin mal kurz 10 Sekunden weg, ja? Ja, bis gleich. Ich mach mal ein bisschen weg kurz. Der GLP-Typ gewinnt. Ich verfolg den jetzt mal. Der ist echt geschickt hier so am rumlaufen. Sneaky, sneaky. Ne, das ist glaube ich kein City Skylines. Das ist glaube ich SimCity. Ja. Wir haben gewonnen! Juhu! Und dann würde ich mal sagen, gehts jetzt rüber auf Mindplex.